Kaum ein europäisches Land produziert so viel Müll wie Deutschland. Pro Kopf produzierten die Menschen in Deutschland im Jahr 2020 632 Kilo Müll. Jeder, der in Deutschland lebt, hat demnach mehr als eine halbe Tonne Müll zu verantworten und mehr als der Durchschnitt in der EU. Laut aktuellen Zahlen der Statistikbehörde Eurostat produzierten lediglich drei Länder pro Kopf mehr Müll. Dänemark, Luxemburg und Malta. 632 Kilo ist eine Menge Müll. Sieben Mitgliedstaaten schafften es bis zum Jahr 2020, die pro Kopf Menge der kommunalen Abfälle im Vergleich zu 1995 zu verringern, darunter Bulgarien, Ungarn und Slowenien. In Deutschland stieg die pro Kopf Müllmenge sogar an, um 67 Kilogramm, verglichen mit 2005. 965. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020